So viel Symmetrie gibt es in der Natur immer nicht. Ja, richtig. Ich kann auch ziemlich gut und symmetrisch kommen. Sieht man ja in deinem Haus, ne? Ich guck einfach mal hoch. Ja, sollten wir das mal ansehen. Wie wär's denn, wenn wir den Riss unter uns einfach vollkommen mit Erde... Ich bau noch gar keine Einrichtung, Martin. Und das weiß ich, wie viel Erde das braucht. Ich will mir mal deine Farm angucken. Die ist ja auch noch nicht fertig und die soll nicht geil aussehen. Sie soll nur zweckmäßig sein, damit ich ja jetzt verhungern werde. Von unten sah sie recht geil aus. Na, an die Ränder kommen dann auch noch dingstens hier, ähm, Säune. Aber erst mal die Erde. Und dann brauche ich auch noch Kies. Mein Kies ist nämlich verschwunden. Ich brauche auszutut. Ich will mir jetzt mal an seine Farm angucken. Die ist doch richtig hässlich, weil ich noch nicht wirklich geschafft habe. Hier mache ich auf jeden Fall Fenster hin. Jetzt habe ich hier noch einen Weg nach draußen machen. Herr Florian, dann kriege ich endlich mal wieder ein paar Glasblöcke. Du wolltest mir wieder welche abgeben. Jetzt habe ich gar keine Runde mehr. Ach, immer noch unten. Warum stellst du dir den Niederschlag um, Fleuer? Das sagt man nicht. Cheater. Hammer geil. Vielleicht in seiner Insel schwebt er einfach in der Luft. Völlig gegen alle Physikgesetze. Ja, was für den Insel? Deine Plattform. Ja, das wird doch noch. Meine ist schön in den Berg gebaut. Meine kriegt eine Stütze. Ach so, cool. Von deiner aus. Von meiner aus? Mein. Kannst du mal kreuzweisen nehmen? Boah, überall fehlen Glasblöcke. Über mir, unter mir. Alter, unten ist kein Glas, so kleiner Fucker. Ich will mein Glas haben. Hol dir doch welches. Alter, ich habe dir all mein Glas gegeben, weil du so gebettet hast. Hä, unten waren nur noch 20. Nein, sind keine mehr. Ja. Da hatte ich Julian, weil ich ihm das wohl auch gesagt habe. Boah. Da ist man mal so nett und gibt all sein ganzes Glas weg, was man hat. Das habe ich mitgefahren, das Glas, du Spacke, oh. Ja, aber hätte ich das nicht gemacht, hätte ich jetzt Glas zu bauen. Ja. Mein Glas zu bauen. Ja, außerdem sollst du es auch wieder reparieren, weil du die ganze Zeit bei mir diese Löcher machst. Unten im Glas. Machst du nicht, du Spacke. Nein, das warst du nicht. Ich will, dass du das wieder reparierst. Also sei eh nicht da. Warte mich nicht. Ich will, ich will, ich will. Wenn du die nicht reparierst, dann mache ich bei dir auch ein paar Glasblöcke kaputt. So bad. Badass. Nee, weil mich das anpisst, sowas. Ja, jetzt kommen wieder deine dummen Kommentare. Los, komm, hau sie raus. Hm? Na, los, komm. Was für Kommentare? Na, immer kommen doch deine dummen Kommentare. Ja, was? Wie schön dumme Kommentare. Ja, da. Hallo. Ach, ich brauch doch, ich wollte nur eine Kuppel drum machen und nicht einfach nur einen Zaun. Ja, gerne. Deine Kuppel. Ah, dafür brauchst du einiges an Glas, glaub ich. Mhm. Sehr, sehr, sehr. Aber ich muss mir mein Glas zurückzahlen. Wie werd ich denn verbrauchen? 7, 10, 6 vielleicht? Dann muss ich mir erst noch mal auf was aus dem See sichern, weil sonst wird ja nichts mehr da übrig bleiben. Oh. Das ist mal lieber eine Wüste suchen. Ich brauch da kein Glas. Oh, falsche Etage. Hey Julian. Hey, hast du was zu essen? Nein, ich nage gerade auch am Hungertor. Ich auch. Oh, da hinten ist Weizen. Komm. Ja, wollte ich grad sagen, das sind zwei fertig. Komm. Ich pflanze sie ab. Ich pflanze sie ab. Oh, könnt ihr mir auch ein paar Kekse machen? Ne, die reichen gerade mal für uns beide. Ja, ich mach mal Kekse. Ich hab jetzt genug Weizen für Kekse. Ne, obwohl, ich hatte vorhin glaube ich... Ach, keine Ahnung, ob ich noch genug Weizen für Kekse... Oh, das gibt mir auch ein paar Kekse. Ja, ich geb dir die Hälfte. Oh, sendet. Was hat Flo eigentlich mit seinem ganzen Essen gemacht, was er hatte? Das hab ich euch gegeben. Hä, ich hab zwei Steaks bekommen. Ja, das war fast alles. Da hab ich's ewig für gesucht. Oh, Jan, beruhig dich. Alles gut. Halt die Fresse. Hm. Ja, ich hab genug. Pass auf deinem Blutdruck auf. Das sollte man bei Übergewicht machen. Oh, jetzt, jetzt, jetzt hast du es versaut. Jetzt hast du es versaut, Martin. Ähm, ja Flo, komm, ich geb dir, ich geb dir, wieviel Hummerhapunkte hast? Ah, zwei habe ich noch, also ich brauche acht. Hat irgendjemand von euch Zuckocher? Ich. Ich muss noch noch anpflanzen. Du kannst noch eins davon abtreten? Ja, kann ich machen. Du kannst ja zu mir hochkommen. Krieg ich jetzt meine Kekse? Ja. Ich hab auch nur noch drei, jetzt hab Flo welche gegeben. Hat er jetzt noch zwei bekommen? Ja, natürlich. Weil, obwohl ich das Weizen gespendet habe. Na, Martin, chill dann live. Das ist so. Jo, ich brauch auch Zucker. Ja, ich geb euch wohl. Zucker, Zucker, Zucker. Äh, zwei bräuchte. Ja, warum du musst nur eins vermehren? Ich bin nicht so, dass einer dann gleich schon sich zwei Schnurr. Ach, ne, ich brauch doch keine Zucker. Okay. Wenn du nicht jetzt runter gehst, die holen willst dich. Das sind alle die aus der Truhe unten. Also, unten in dem Lager sind keine... Ne, ich weiß. Ach so, gut. Ich würd nur sagen... Ich hab einfach übel viel Kraft in meinem Tata. Ich glaube, vorhin, als du mich getötet hast, sind auch alle meine Tropensitzchen draufgegangen. Oh, scheiße. Ja, davon hab ich auch nicht viele. Na, ich jetzt gar keinen, ja. Ja. Ja, bei mir ist auch einiges verloren gegangen. Wir sollten uns halt nicht gegenseitig töten. Ja, puh. Das war wirklich aus Versehen. Du hast halt mein Zeug geklaut. Da hab ich dich einfach nur spaßeshalber schlagen wollen, ja. Und dann bist du zersprungen, zerplatzt. Ja. Jetzt, jetzt sagt er noch nicht, wer die Drecksackblase war. Oh, ja. Die Blase muss platzen. Aber das ist ne anderen Folge. Das ist ne anderen Folge. Mit, äh, Kumpelblase. Ja. Aber das ist ne anderen Folge. Das ist ne anderen Folge. Mit, äh, Kumpelblase. Ja. So ne Scheiße, mein ganzes Zeug. Ich glaub, das fließt grad ein Lava rein durch diesen einen Wasserfall. Ja, das ist mir auch passiert. Ich muss da schnell hin. Pass auf, dass du auf dem Weg dahin nicht stirbst. Das ist immer so ne große Gefahr. Wieso geht das da? Ab und hier nicht. Oh, müß. Genau das mein ich. Ab und hier nicht. Oh, müß. Genau das mein ich. So, jetzt wir haben... Nein, mein Zeug. Wir haben nur den Spitzenreiter. Ich schlag mich immer noch wacker. Ja, komm, Florian. Jetzt muss ich mich nicht unbedingt nochmal töten. Entschuldige dich nicht nur einmal. Ich töte dich achtmal, äh, siebenmal. Ja, aber du musst zugeben. Ihr wolltet einfach nur, dass ich endlich auch meinen ersten Tod mal habe. Wieso endlich? Wir wollten das nur vor... Wir wollten sich nur so weit hinaus zögern. So, jetzt brauche ich Kies. Einen Gras lasse ich mal am Leben. Vielleicht brauche ich das irgendwann mal noch mal. Alter, wie tief mal hier fällt, um in die Mine reinzukommen. Okay, mir fehlt eine Eisenschaufel. Äh, hat jemand von euch schon ne Diaspitzhacke gemacht jetzt? Ich. Farmst du Dias? Ich, wie... Äh, nicht Dias, ob sie. Ja, mach ich dann. Ja, ich könnte es auch machen, wenn du jetzt noch nicht willst. Weil ich wollte einen Neta schnell und ein bisschen Glosson farm für meine Farm. Das ist mir klar, dass du einen Neta willst. Aber... Ich würde gern... ...mit Essen bepackt da reingehen. Nicht, dass ich da verregelte. Ja, ich will ja nur ganz kurz mal rein, ein bisschen Glosson schnappen und dann wieder raus. Zwischen. Kann man eigentlich in einer Testung spawnen? Ja, habe ich schon. Mein erstes... Bei meiner ersten Minecraft... ...Minecraft-Feld ist mein Neta-Portal direkt neben der Festung. Ich dachte ja... Ich bin direkt neben der Festung. Ja, direkt neben dem Neverfestung. Da hatte ich richtig Glück. Auf der Erde habe ich allgemein übelst viel Glück. Die habe ich auch noch. Die habe ich auch mehrere Backups schon auf meinem PC gemacht. Oh, Keys. Sehr schön. Also Martin, sobald meine Versorgung steht, kann ich das gerne besorgen. Oder ich gebe dir meine Spitzhacke so lange. Einfach. Aber wäre nett, wenn du da auch... Wenn du wissen, ob sie die Hand für mich mitfarben könntest, damit ich auch ein Portal machen kann. Für mich bitte auch. Also ihr wollt jeder ein extra Portal? Funktioniert im Endeffekt eh nicht. Wir sollten ein Gemeinschaftsportal machen. Ja. Finde ich nämlich auch. Besser so. Ja, dann Farm für 1 halt auch. Wo willst du das hinmachen? Keine Ahnung. Vielleicht bei Florian. Weil er ist in der Mitte. Keine Ahnung. Ja, okay. Mach uns Florian. Du kannst ja mal in eine Truhe oben gucken. Da ist das drin. Ich habe alles momentan noch in einem oder so. Also Florian, machst du jetzt wirklich solche Stützpfeiler oder war das wirklich nur Gerede von dir? Mh, würde ich vielleicht noch machen. Aber erst mal. werde ich mich um die Kuppel kümmern. Bringst du mir auch Sand mit, bitte? Weil ich habe bei mir noch gar kein Glas fertig. Ich habe nur noch eine Eisenschaufel. Das heißt, es wird echt knapp. Mal schauen, wie viel ich kriege. Ich brauche mir selber Sand. Ich nehme auch mir erstmal ein bisschen Kies teilweise auch mit, weil ich Kies brauche. Das braucht ja alle Kies. Oben für Fußweg. Ja, bei mir auch. Weil du musst auch keinen Kies mitbringen. Ich kann dir hier welche mitbringen. Ich habe ja mein Herz genug. Ich habe keinen Fußweg. Wo soll ich einen Fußweg hin machen? Bei meiner Fall. Bei meinen Feldern habe ich halt welchen, damit es ein bisschen besser aussieht. Da seid alle solche Mongos, ihr. Ich sehe, weil Flo, der hat auch einfach solche geraden Linien als Wasser gemacht. Voll unkreativ seid ihr. Wieso sind wir uns immer alles unfällig sein? Ich werde gerufen. Scheiß. Bin gleich wieder da. Ja. Waren sie dann wieder daneben gepinkelt. Übrigens habe ich eben noch ein Dier gefunden. Dann ist meine Eisenspitzhacke kaputt gegangen. Ja. 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 Sarah. chaîne ferholt. Ja. 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 Schn wem. Mhm. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020